Was ist eine Linsenimplantation? Linsenimplantation, was ist das? Eine Linsenimplantation, dabei handelt sich um einen Einsatz einer zusätzlichen Linse zu der natürlichen Linse. Diese korrigiert optisch den Sehfehler und meistens werden diese Linsen entweder bei hohen Sehfehlern eingesetzt oder bei zu dünnen Hornhäuten oder bei irregulär aufgebauter Hornhaut. Untertitelung des ZDF, 2020